Musik Kommt auf 900 Meter Kiebe, kommt noch mit 29 Grad an die Erdoberfläche. Mein tägliches Mineralwasser wird es nicht, aber wenn es hilft. Es schmeckt mild, mild und angenehm, also nicht salzig, also das ist sonst nicht so gut. Und am Morgen tut das bestimmt gut. Ich habe gelesen, das ist sehr gesund, Kalsium, Natrium, Magnesium und man soll zweimal täglich das trinken. Deswegen habe ich heute zweimal zwei Becher getrunken. Musik 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 Die Altenburg ist das nördlichste Vertreter der Opidum-Kultur, die mit den Kelten im Zusammenhang steht. Also Opidum-Kultur, man ist nicht ganz sicher, ob das hier ein voll ausgeprägtes Opidum war. Opidum ist die Städte der Kelten, Städte größerer Ansiedlungen, die nicht mehr mit nur wenigen hundert Leuten, sondern schon mit tausenden von Menschen bevölkert waren. Der Habichtswald hat eine ausgesprochen wechselhafte Struktur, das heißt wir haben schöne zusammenhängende Wälder, aber auch viele Offenlandflächen dazwischen, das macht den Reiz gerade für Wanderer besonders aus. Und das Besondere, das ganz Besondere ist, dass wir viele alte Vulkankegel haben, das sind die Basaltkuppen, wie diese auf der wir jetzt hier gerade stehen, von denen man aus einen fantastischen Blick in den Naturpark hat und auch aus dem Naturpark heraus. Das ist schon besonders. Also Raubretter denke ich mal nicht, ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Das waren ganz normale Adelige letztendlich, die aus der Umgebung kamen, die ein Lehen zugeteilt bekommen haben von dem Erzbischof in der Regel. Und letztendlich hat sich diese Ruine auch gar nicht so sehr lange gehalten, denn es war so, dass nachdem sie im 14. Jahrhundert das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, man schon davon ausging, dass im 17. Jahrhundert, also zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Burg schon wieder verfallen war. Ist das hier in dem Wald so üblich, dass die Pilze ein bisschen größer als anderswo sind? Ja, ich denke mal, wir haben hier beste Voraussetzungen, aber so ein Prachtexemplar sieht man natürlich nicht alle Nase lang. Das ist schon ein super Exemplar eines Riesenbovistes hier. Das ist schon ein super Exemplar eines Riesenbovistes hier. Ja, durch die Fahrerei eben ist er etwas geschüttelt natürlich. Wir schenken den Breitenbacher Apfelschampagne aus für unsere wandernden Gäste aus dem südlichen Westen und aus Mainfranken. Alles Hanf verlesen und wirklich hergestellt wie Champagner, auf Hefe, auf Brüttelpult und, und und und. Also genau wie der echte Champagner. Super! Herzlich! Ganz gut, ja. Also ich bin eigentlich nicht so der Alkoholtrinker, aber da sage ich schon gerne mal ja. Dann hau rein. Petra? Apfel oder Holunder, Wein, mir ist alles recht. Das ist eine richtig gute Grundlage, der Apfelwein. Denke ich spürt man raus und mit der Champagnergärung einfach nochmal ein Stück besser veredelt. Meine Damen und Herren, Sie hörten den Kellermeister. Ja. Im Abgang. Hast du eigentlich ein Lieblingsmärchen? Ein Lieblingsmärchen? Ähm, Hänsel und Gretel. Die laufen durch den Wald, die gehen wandern, haben ein tolles Haus im Wald danach. Und ja. Warum magst du ein Märchen? Das ist irgendwie so viele, so viele Fantasie und ich mag sehr Fantasie. Hast du ein Lieblingsmärchen? Ja. Ich habe gerade festgestellt, wenn ich mich so frage, ob ich noch die Märchen kenne und die Inhalte, ich kenne die Titel, aber die Inhalte nicht mehr wirklich. Also ich muss nochmal nachlesen. Also ich hätte jetzt spontan auch gesagt, Hänsel und Gretel, weil ich mag die, ich mag das, ich fand das schon immer aufregend so, die ziehen durch den Wald und erleben was, wir haben dann plötzlich auf einmal von einer Hexe geschnappt. Das ist zwar nicht so schön, aber ich fand es schon immer aufregend irgendwie. Warum hast du ihn? Es war einmal ein König, der wollte sich niemals verheiraten. Da stand er einmal am Fenster und sah die Leute in die Kirche drin und dass beide sehr freundlich und vergnügt miteinander waren. Untertitelung aufgrund derer 1. 1. 2. 1. 1. 3. Lass. 4. 3. 5. 10. Vielen Dank.